So, da sind wir auch schon wieder. Ich mache jetzt direkt weiter. Vielleicht würde ich jetzt nur noch aneinander schneiden. Spaß, Ness. Ach, immer dieses... Oh, da ist noch eine. Hier müssen wir auch noch ran. Und Adam here und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André. Interessant, dass der da André sagt, wo er doch eigentlich Andrew heißt. Aber das ist wahrscheinlich irgendwie nur das Hosename. Okay, da gehen wir nachher hin. Oder? Ah, ne, komm. Machen wir jetzt. Sollte es vielleicht noch treffen, ne? Wir darfst aufgehen. Dankeschön. Ah! Ne, Moment. Doch. Hier waren wir doch schon. Ah! Doch, hier waren wir schon. Hier bin ich noch vorher nicht weitergegangen. Lieber nochmal auf eine Leiche stehen zu, weil ich nie, ob sie wirklich tot ist. Nicht wahr? Ich bin ein Tourist. Wie gehört hier vor sich? Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine, der ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baute er die Fontaineschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird es uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Da liegt ein Bett mit Gasflaschen. Wollen wir uns was jetzt irgendwas sagen? Bin mir nicht ganz sicher. Na gut, gehen wir mal hier rein. Ah! Da war was. Ah! Hallo? Oh, unfähiger. Für 10 Dollar kaufe ich das jetzt. Warum tue ich mir das überhaupt an? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, weil du komisch bist. Wer ist da? Ich vergeude meine Zeit! 64, so lange. Das überlege ich noch zweimal. Okay, 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 okay. Gut, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Was ist das? Was zur Hölle? Das ist alles ein bisschen kompliziert momentan. Denken läuft etwas langsam. Ja, wir laufen hier bei einer Leiche drüber, ohne dass wir davon irgendwas merken. So, entweder kriegen wir wieder eine Vision oder irgendjemand erschreckt uns. Wer hat dich geschickt? Wer hat dich geschickt?! Wer hat dich geschickt?! Kann ich öffnen für Geld? Ach, was weiß. Nehme mal hin, ein bisschen für die G. Oh, ein Durchgang. Oder auch nicht. Da liegen Kontaktmähnen oder ich habe genug Kontaktmähnen. Einfach mal sinnlos ein bisschen Bilder schießen und so. Ja, ich mache nochmal kurz einen Break. Und ja, ich mache dann aber noch eine Folge. Und dann bis gleich. Ich mache euch einfach mal ein Rennen. Ich mache mich das Begegnetze,